Im Krieg sei die Wahrheit immer das erste Opfer. Aber wer definiert, was wahr ist? Wahrheit. Das ist eine Frage der Perspektive. Doch viele Russen geben immer noch Amerikaner die Schuld für das Flughafen Massaker. Es ist die Pflicht jedes Soldaten die Unschuldigen zu geschützen, auch wenn das bedeutet die Lüge von Gut und Böse aufrechtzuerhalten. Das Krieg nicht einfach nur natürliche Selektion in großem Maßstab ist. Doch wer es aussieht könnte endlich wieder Frieden auf der Lettage. Die einzige Wahrheit ist, dass wir in einem riesigen Pulverfass leben. Es braucht nur jemanden, der das Streichholz entzündet. Genau. Und FSO Andrey Harkov. Was ist das für eine Office of the Department? Normale Polizisten? Wir landen in der Stunde. Wir landen in der Stunde. Wir landen in der Stunde. Team 1. Das Präsidentenbüro ist gesichert. Tag 6. Tag 6. Ich mag ihn nicht. Niemand mag ihn. Da ist die Sonne und die Zeit John. Was wir für ihn sagen. Nie war ein. Wie will er nicht hören? Da hat keiner Wahn. Nicht nur der Präsident. Herr Präsident, Vassili von Köln 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 Okay, was ist denn jetzt los? Wow Okay, los, los, los Wow Alter Schwede Krass, in der Luft schieße ich Aber was ist denn hier los? Da komme ich noch in der Luft nach, weil ich geil bin Ich glaube, das ist so mein Max Payne mäßig Warte mal, ich muss mal eben was gucken So, okay Oh, das erinnert mich ein bisschen nach Battlefield Bad Company, da gab es auch so eine Mission, glaube ich Was ist denn? Oh, was ist denn? Oh, was? Okay Okay Schnell in Deckung gehen Oh, was ist denn hier? Oh, was ist denn hier? Sehr schön Ach, glaube ich, das Flugzeug stützt, Appel Oh, was ist denn hier? Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Mit dem Präsidenten Und das haben wir auch noch überlebt Ja, nice Was ist denn hier? Wow Ja, wo hin denn? Ja, wo hin denn? Ist er das? Nee, ist er nicht Da ist er Und natürlich auch keine Granaten, ne? Nichts Und ich treffe natürlich kein bisschen, ne? Okay Okay Autsch Der ist ja auch motiviert umgefallen Mann, das ist doof Das ist doof, dieses Teil Das ist ja, nice Das ist ja, nice Das ist ja, nice Wenig Munition Ah, das ist so eine Bison Das ist eine Bison hier Theoretisch Das ist ja, das ist ein paar Das ist ja, das ist Undserne Das ist, das ist Schei... Oh, nein! Oh, das geht... Oh, Mann... Okay, komm, nach den... Sehr schön... Da ist er... Komm... Nein... Der... Ach, der Sack lebt ja noch... Okay... Wissen Sie, wer ich bin? Ja... Dann wissen Sie auch, was ich will... Sie sind wahnsinnig... Russland wird ganz Europa erobern... Selbst wenn nur noch ein Haufen Asche übrig ist... Ich will die Starkcoats erpressen... Da ist Harkov tot... Ja... Ja... Ja...